Super! Affen! Geil! Hallo, liebe Deutschlernende! Heute reden wir über ein deutsches Wort, das sehr umgangssprachlich ist. So ein Wort würde man fast niemals in einem deutschen Text finden. Aber Deutsche, besonders Jugendliche, gebrauchen dieses Wort sehr gerne, wenn ihnen etwas sehr, sehr gefällt. In der Jugendsprache, in der Umgangssprache ist etwas geil, wenn etwas sehr gut ist. Ja, das ist geil! Das ist echt geil! Echt super! Das ist geil! Geil! Nicht zu verwechseln mit ich bin geil. Das bedeutet etwas ganz anderes und das sagt man zu seinem Partner, wenn man gerade in der Stimmung ist. Da sagt man, hey, ich bin geil! Aber nicht zu verwechseln mit diesem Wort und auch nicht zu verwechseln mit der dritten Bedeutung von geil. Geile Pflanzen sind Pflanzen, die kein Licht bekommen haben. Wenn eine Pflanze kein Licht bekommt und gelb wird, eine Pflanze, die grün normalerweise ist und kein Licht bekommt, die wird gelb und man sagt, die Pflanze ist geil. Die Pflanze ist geil. Sie hat kein Licht bekommen. Aber die Bedeutung, über die wir heute sprechen, ist geil im Sinne von super, das ist echt toll, das ist echt geil. Man kann es auch über Personen sagen. Das ist meistens klar, was man meint. Wenn ich sage, hey, du bist geil, dann meine ich, du bist toll. Dann meine ich nicht, hey, du scheinst mir ein bisschen erregt zu sein. Nein, du bist geil heißt im richtigen Zusammenhang, dass man denjenigen gut findet. Und wie kann man dieses Wort verstärken? Man kann sagen, das ist echt geil oder man sagt, das ist Affengeil. Das ist Affengeil. Ich habe keine Ahnung, was Affen damit zu tun haben. Affen, diese Tiere, die so machen, das sind Affen und die haben eigentlich gar nichts mit dem Wort zu tun. Nun aber, wenn man sagt, Affengeil, dann meint man, hey, das ist besonders toll und man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und man sagt, das ist super Affengeil. Wenn du etwas richtig toll findest, dann kannst du sagen, hey, das ist super Affengeil. Okay, vielleicht muss man dazu ein Jugendlicher sein, damit es authentisch klingt, vielleicht klingt das seltsam aus dem Mund eines 60-Jährigen, 70-Jährigen oder auch eines fast 30-Jährigen, wie bei mir. Ich bin 27, naja, man kann es vielleicht noch sagen, nur als Tipp, es ist Umgangssprache, es ist sehr umgangssprachlich. Okay, aber hey, kannst du es ruhig benutzen, egal wie alt du bist, sag es und dann schau, wie Leute darauf reagieren. Sag es zu deinen Freunden, sag es nicht im Unterricht oder auf der Arbeit, dort wirkt es vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn du mit deinen deutschen Freunden unterwegs bist und ihr macht etwas ganz Tolles und sag, hey, das war super Affengeil. Okay, ich hoffe, du fandest dieses Video super Affengeil und wenn du dieses Video super Affengeil fandest, dann teile es bitte mit anderen Deutsch lernen und wenn du ein paar Euros übrig hast, dann besuche bitte authenticgermanlearning.com-spenden. Vielen Dank im Voraus und bis morgen!